Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield, Operation 925 im Modus Conquest. Und wir spielen hier gerade die M240B, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ihr rät es wahrscheinlich richtig. Dafür gibt es einen Auftrag. Nein! Ich bin gewohnt immer nachzuladen nach jedem Schuss, muss ich mir jetzt kurz zu einem umgewöhnen. Und ich überlege gerade, ob ich hier nicht C4 dran mache. So richtig arschig. Meins. Obwohl, das geht ja noch arschiger eigentlich. Hä? Nein! Boah, das war fies. Nein, es sind da so viele drin, weil es gibt noch einen Auftrag Multikill. Vier Stück. Nacheinander. Oder gleichzeitig. Aber das ist super schwer, meiner Meinung nach. Flagge neutralisiert. Ich hätte lieber... Gehe ich nach... Guck mal, da sind wir da drei. Vielleicht könnte ich auch den... Den Bereich vornehmen. Ich meine, im Grunde muss man irgendwas von mir mit C4 und wer ein bisschen mal vorbeiläuft. Boah. Oh, da oben kommt, glaube ich, einer durch. Nicht nur einer. Boah. Oh, so. Dachte, ich wollte mich gerade beschweren, aber war, ähm, Autobalancing. Ja, können wir hier weggehen? Aber wenn man sich mal diese Lobby hier anguckt, das ist genial. Nur die Renovierung hier wird wieder heftig. Heftig. Oh, mein Gott. Ich glaube, der Waffe fehlt jetzt ein bisschen an Punch. Da, die M240B. Ich sag mal so, wenn ich mich jetzt auf irgendeine Waffe spezialisieren würde, würde immer nur die eine Waffe zocken, dann würde ich da natürlich auch tendenziell besser werden. Ich würde hier jetzt auch theoretisch die UMP45 wieder nehmen. Einfach aus dem Grund, weil da viel mehr geht, so in dieser Konstellation hier. Okay, ist das jetzt auch nicht zu verachten. Nein, mach doch was. Oh, falsch. Obwohl, das ist dumm. Den Einsatzziel haben die doch schon. Warte mal eins, ich lade mal hier in der Ecke nach. Dauert ja ewig bei den Dingern. Oh, warte, da wurde gerade jemand umgemäht. Haha, genau so. What for that? Ach, komm schon. Konne ich nicht ahnen. Okay, da oben scheint einer zu sein. Es flackert auf jeden Fall. Oh, oh. Nein. Der Milf Hunter. Dr. Milf Hunter natürlich. Da sowas meine ich. Der hat schon 900 Kills mit der Waffe gemacht. Ich meine, wenn man auf diese Aufträge scheißen würde und immer nur die eine Waffe zockt. Aber man muss ja sagen, der Skill steigt ja sowieso. Dann sage ich in dem Moment, wo ich gerade wieder abkack. Schon wieder? Alles klar. Och, von wo kommt der denn schon wieder? Fing so gut an und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt hier angelangt. Oh, zufälliger Spawnpunkt wieder. So, was ist das denn? Lauf! Ja, wo hat der mich denn gesehen? Ah, ne, der wollte reanimieren. Alles klar. So, wohin? Woher? Immer diese Büroräume. Oh, ich glaube, es wird eng. Mein Gott. Oh, cool. Granate. Reiner Wahnsinn. Oh, wird echt so einen gibt, der so heißer wäre lustig. Das wäre witzig. Das verlieren wir hier noch. Haus hoch. Oh, dat war heiß. Ja, dem geht's gut, da. Komm, den krieg ich noch. Ich hoffe, er bleibt da hocken. Und nur mal gucken, wo das war. Jetzt weiß ich wieder. Dann wird er gemessert. Komm, da schau ich noch. Ne, der lebt nicht mehr. Hier laufen zu viele rum. Haha, war ich jetzt. Die Ru... Da. Ja, komm. Ich brauche mehr Kills mit der Waffe, dann kann ich die ein bisschen besser upgraden. Die gehören zu mir. Und Ende. Kurze, knappe Runde. Dein Team hat verloren. War auch irgendwie klar. 14, 11. Ah, Versorgung. Ja, okay. Mündungsfeuerdämpfer. Wow. Ein guter Demo-Mann. Mal gucken, welche Map jetzt kommt. Wenn es wieder dieselbe ist, dann zocke ich die trotzdem. Und noch 19 Sekunden bis zum nächsten Spiel. Genau, hier war es. Noch 74 Kills. Ah ja, Nachschubkästchen muss ich hinschmeißen. Und LMG-Ribbons. Ich glaube, das ist generell, wenn man, meine ich, fünf Leute killt, dann bekommt man einen, so ein Ribbon mit so einem leichten Maschinengewehr. Feuer schafft, sauber. Go! Warum konnte er schon gehen? Haha. So, mal im Nachladen. Sollte ich sowas mal machen, wieder? So. Komm, renn rein. Renn rein. So, super Arsch-Taktik wieder. Wohl vier Leute, dass die, also dass vier Leute da reinringen, glaube ich eh nicht. Ja, hallo? Weil klar, dass jetzt keiner kommt. Kann die auch direkt wieder drehen. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich mache gerade Arsch-Loch-Taktik. Komm. Komm schon, komm. Komm, lauf rein. Wir haben gerade das Einsatzziel neutralisiert. Over. Okay, ich renne hier weg. Kann man immer noch machen, sobald A blinkt. Oh, Granate. An dem B haben wir auch schon. Oh. Auch nice. An dem Bärktote. Ach, Mann. Die waren nicht in Reichweite. Oh, ein Prozent noch. So ein Medikit wäre jetzt richtig nice. Oh, Regeneration. Wo ist er denn hin? Ah, guck mal, hat mich schön verarscht. Aber ich hätte einfach mal der Fresse halten sollen. Was hätten wir denn noch? Mörser, Armbrust, Armbrust. Oh yeah. Clemour? Nee. Wow. Oh. So, rechts, links, rechts, links, rechts. Das ist vor kackten Scheiben wieder, ne? Genau, renn da ruhig runter. Ich renne hier mal hoch. Von, genau, von drunter. Mit einer Tech-Leiter dran an dem Riesenapparat. Das ist ein Riesenapparat.